Ich finde Ludo immer ein bisschen schwierig, weil es überlang geht, aber ich würde es immer bevorzugen im Gegensatz zu Monopoly. Stimmt ihr mir dazu? Monopoly geht viel länger. Ich finde vor allem, Monopoly ist wirklich ein schlechtes Brettspiel einfach. Es macht gar keinen Spaß. Es macht null Spaß. Gut, dass ihr da meiner Meinung seid. Irgendwann hast du die Phase erreicht, wo das gesamte Brett einfach eine Gefahr ist, weißt du? Dann dauert ein Spielzug einfach drei Jahre. Das ist mir auch zu... Wow, wie schnell er würfelt. Er chillt ja gar nicht. Macht ihr eigentlich mit schütteln oder macht ihr mit A gedrückt halten? Man kann das schütteln? Ich glaube ja. Man kann das schütteln? Ja. Okay. Ich schüttel jetzt. Nee, kann man nicht. Geht nicht? Er denkt Mario Party. Aber A gedrückt halten geht? Nee. Geht nicht. Keine Ahnung. A gedrückt halten? Wisst du, was aber ein echt cooles Brettspiel ist? Er darf nicht aussetzen. Nein, A gedrückt halten eigentlich wirklich. Wisst ihr, was ein cooles Gesundheits-Brettspiel ist? Schau mal, jetzt ist ja mein Würfel doch ganz schneller, oder? Ja, was bringt das? Weil ich A gedrückt halten. Ach so, cool. Ja, wisst ihr, was ein cooles Brettspiel ist? Was denn? Warte, darf ich raten? Ja. Spiel des Lebens. Das ist ganz nett, aber ich hätte Risiko gesagt. Risiko ist cool. Ja, Risiko ist cool. Aber da bin ich nicht so gut drin, ich bin voll kacke in Risiko. Aber es macht Spaß. Ja, ja, ja. Dann wird halt besser, keine Ahnung. Sorry. Krieg ich eine Figur raus? Spielsatz. Kennt ihr das Spiel des Wissens? Nee. Da hast du quasi das ganze Sonnensystem und jeder Planet ist eine Kategorie von Fragen. zum Beispiel Sport oder Film und Fernsehen oder sowas. Und da musst du quasi von Planet zu Planet steppen, bis du am Ende in Galaxie angekommen bist. Das ist quasi das Endziel. Das ist cool raus. So eine Nuss. Wirklich. Das ist übelst coole Spielen. Eigentlich würde ich es gerne mal mit euch spielen. Naja. Ich würde so viele Spiele gerne mit euch spielen. Ach, vier. Zum Beispiel alles ablegen. Oder Monopoly. Nein, nein, wir gehen nicht. Ey. Oh nein, verpiss dich. Monopoly nur in der Spawnshop-Edition. Boah. Boah, das habe ich gefühlt. Kann man sich eigentlich entscheiden, ob jemand rausschickt oder ob man weiterspielen will? Kann man. Kann man. Woher wisst du das? Ich konnte halt nur keinen rausschicken. Du konntest nicht, weil du auf dem Feld warst. Aber gibts ansonsten. Weil das nicht die Regel ist. Das weißt du nicht. Wieso sind hier die Regeln? Ganz normal. Doch, klar. Kill ihn, Timo. Kill ihn. Kann ich doch nicht. Bitte. Bitte. Ich habe gerade erst eine Figur rausbekommen. Das ist echt traurig. Junge, Hockey lässt sich immer so Zeit zum Würfeln. Das ist halt echt so. Guck mal. Wer bin ich gerade? Wer bin ich gerade? Oh, habt ihr CPU bei eurer Wette drin? Ja, klar. Oh. Der kann ja auch gewinnen. Ja, bei mir ist CPU nicht drin. Ei, ei, ei. Aber ich habe die Wette nicht gemacht. Dann musst du refunden, aber. Ja, okay. CPU ist dann refund. Der CPU gewinnt doch nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, scheiße CPU. Wir lassen es jetzt so. Ich denke nicht, dass der CPU gewinnt. So sollten wir gar nicht jetzt anfangen zu denken. Wie viel CPU wurde eigentlich auf CPU gesetzt? Tausend. Okay. Die meisten sagen Hockey. Was? 30k auf Hockey. Bei mir auch. Bei mir 36k auf mich. Wäre das bei dir, Atrax? Guck mal, die Leute lieben dich. Was soll das denn? Was soll das denn? Was für 30k auf denn? Die anderen Leute kennen mich nicht. Wer soll den kennen? Wer ist dieser Arsch, Max? Wer ist dieser Arsch, Max? Wer ist dieser Arsch, Max? Wer ist dieser Buttplug? Schau, Atrax, du bist nicht unbeliebt. Du bist nicht unbeliebt. Daran liegt es nicht. Wer ist dieser Arschkack? Ich werde Atrax Buttplug Arschkack. Ich bin so froh, dass man mit Hockey nichts machen kann. Arschkack. Boccy. Boccy ist sogar. Boccy ist doch so lame. Was redet ihr? Ja, du bist einfach so eine kleine Bockwurst, man. Boccy. Du boxt immer rum. Deswegen bist du Boccy. Boccy. Das gibt keinen Sinn. Du bist so ein verstrengter Arm. Nein, nein. Jetzt so eine 6-Würfel. Ich bin auf dem roten. Jetzt so eine 6-Würfel. Mach es nicht Atrax. Mach nichts. Mach nicht, bitte. Haha. Reverse 6 einfach. Okay. Ich bin beinahe am Ziel. Wie damals Moses auf dem heiligen Berg Sinai. Schau mal, CPU 1 gewinnt gerade. Was soll das? CPU gerade viel zu crank. Junge, alle deine Zuschauer werden Refund kriegen, Hockey. Sag's wie es ist. Nein, nein. Moritz, ich geb mir Mühe, okay? Der kriegt instant direkt einen raus. Ich brauchte vier Züge dafür. Hallo, ich will ihn noch schnell wählen können. Warum braucht das so lange? Das ist ja nervig. Nein, 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 nein. Oh, bitte kick ihn gleich, Timo. Bitte tu das nicht, Mann. Jetzt so eine 2, die wär schon heftig, oder? Ey, Bro. Ey, Bro. Was da jetzt wohl rauskommen wird. Bro. Okay. Okay, aber ich will wissen, ob ihr auch meiner Meinung seid. Wäre dieser Brettspielabend gerade chillig so, oder chilliger im Tabletop-Simulator? Chillig so. Tabletop ist nicht so geil. Oder Tabletop-Simulator. Tabletop ist nicht so geil. Oh mein Gott. Tabletop wär viel geiler. Hahaha. Scheiß mal 51, Alter. Der kostet ein bisschen OP. Kann man irgendwie die Schwierigkeit von dem einstellen? For real. Du hast den nicht in deiner Kanal, bitte. Was soll das denn? Ja, ich hab das nicht gemacht. Aber der wird auch nicht gewinnen, sag ich nach wie vor. Tabletop-VR. Junge, der hat die meisten draußen und hat schon einen drin. Der hat zwei draußen. Die habt alle schon einen drin. Was soll das denn? Wo bist denn du? Wo hast du den, den du erweiterst? Der wurde bei dir rausgenockt. Achso stimmt. Deiner wurde rausgekickt. Das ist mir so leid. Aussetzen. Bro. Du bist der 6. Stark. Jetzt nochmal der 6. Er kriegt einen raus. Okay. Aber es ist immer geiler, zwei auf dem Spielbrett zu haben. Ich fand es doof, dass ich gerade nur mit einem so rumgucken musste. Ja Mann, das ist mega doof. Was soll ich sagen? Absetzen. Bro. Ey, wir sollten wirklich mal den gelben bisschen kicken. Was macht denn ihr da? Ich versuch ne Figur. Schau mal. Doch selber. Der würfelt so fünfen. Der kommt so schnell voran. Der ist fast im Ziel. Mann. Du hast nur Angst in deiner dummen scheiß Kanal, wette. Ach Atrax. Du hättest ihn kicken können. Ja, pass auf. Jetzt kickt er mich gleich. Nee, tu ich nicht. Hockey kickt mich aber jetzt. Hockey kickt mich so. Null in deiner Nähe gerade. Achso. Achso. Ich bin noch blau. Nee, er meint wegen 6. Er meint wegen 6. Er meint wegen 6. Ja, wegen 6 Mann. Oh nein, du wirst mich so sehr kicken. Oh mein Gott. Das kann es ja nicht sein. Jungs. Oh nein. Nee, Alter. Aber zieh nicht. Ja, hau ab. Du musst. Du bist. Ah, nee. Du musst gleich auch fahren. Weil ich will den gelben kicken. Ja, aber der kickt uns gleich. Der ist gerade richtig an unserem Hintern. Ey, du lebst gerade voll dangerous, Mann. Ja, bitte. Schnell weg hier. Oha. Oh mein Gott. Hm, was mach ich denn jetzt am besten? Das ist ja gefährlich für mich. Ich würde den oben nehmen. Das Ding ist, wenn ich ne 6 würfel, ist es gefährlich für mich. Ich nehm den da oben, dann ist auch mal ne 6er frei drauf. Also den fürs neue Feld. Ihr müsst bedenken, wenn ich jetzt gleich dran bin. Ja. Achso, sorry. Das ist scary. Ich weiß nicht nochmal. Okay. Ähm. Hm. Mach mal. Achso, nee. Geld nicht. Ich werde halt jetzt in 2 von 6 Fällen jemanden von euch kicken, ne? Nein. Doch. Aber du kickst ja nicht. Ahhhh. Boah. Und jetzt ne 1, Timo. Das wärs doch. Nein, bitte nicht. Das wär jetzt das absolute Highlight. Du, 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 du. Du, du, du. Ah, Mann. Schade. Was? Ich werd aber nicht... Nein, das werd ich nicht machen. Stell dir vor, das wär wirklich Selbstmord hier, oder? Vor dich und auf das gelbe Feld. Das ist ja Quatsch. Das wär echt Selbstmord. Nein, das mach ich nicht. Ich mach lieber das hier. Ja. Ich. Ach, Mann ist... Ach, Gott sei Dank. Ich will nicht, dass du so weit von mir weg gehst. Bleib mal hier bei mir. Bleib mal hier bei mir. Es gibt so ne 1 Würfel. Oha. Ey, schau mal. Wir haben grad Reverse-Situation einfach. Bei beiden Seiten. Stimmt. Stimmt. Krass. Ich will ne Figur raushaben. Oh mein Gott. Der Juan. Alter. Der hat dich aber voll... Wie schnell angelangst. Jaja. Er so... Junge. So gruselig. Scheiß. Hat er mir Angst gemacht, ja. Fuck Junge. Ne, lass mich in Ruhe. Oh Gott, du bist gesandwiched von ihm grad. Du bist gesandwiched. Scheiß. Das ist voll gruselig. Der sprintet auf einen so. Aber der ist wirklich mega unheimlich. Ja. Schau jetzt. Guck mal wie uncanny. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Was? Er hat uns beide rausgekickt? Wie gruselig ist er denn? Junge. Was ist mit dem denn du? Der macht dich komplett nass. Nee. Was ist mit dem? Das kann nicht sein. Und bei mir ist er nicht in der Wette drin. Junge, Timo hat nicht mal ne Figur im Häuschen. Ja. Aber bald. Hoffentlich. Nee, nee. Ich glaub... Der Gelb ist noch da. Der macht Mübel. Nein, der kann doch nicht. Der geht doch ins Ziel. Ja, aber der holt gleich einen 9 raus und kippt mich da. Ja, stimmt. Das kann passieren, ja. Das stimmt. Oh, ich dachte grad... Dass der immer so schnell ist, ist so witzig. Dass der so schnell ist, ist so lustig. Können wir auch so schnell machen? Nicht, oder? Nein, ich glaub nicht. Nee. Hockey hat ja gesagt, halt doch die Taste. Hab doch die Taste. Hab ich nie gesagt. Nein, 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 nein. Der kommt so nah. Ich will nicht. Ah, Trax. Oh, ey. HGW übrigens für den Mann ins Ziel, Timo. Danke, Mann. Oha. Junge. Wölftiger. Zwölf. Aussetzen. Aussetzen. Hä, darf man nicht dreimal würfeln? Das ist nur anders. Nein, nein. Du musst doch ganz vorne ins Ziel. Jetzt gewinnt der Killer aber... Äh, der Killer aber nicht schon. Jetzt gewinnt der Zimua wirklich. Er ist unter uns. Jetzt bin ich echt schlecht, dass wir das nicht bei uns ausprobieren. Der Handel aus dem Untergrund. Oh mein Gott, ich weiß noch, als wir Among Us spielen wollten. Wir haben sogar diese fucking Gruppe gemacht. Ja, wer auch immer. Sollten wir immer noch machen. Da sind eh nur zu zwei Leute oder so drin. Among Us-Spielen? Das ist nicht so, als hätten wir das irgendwie groß schon geplant oder so. Wir sind zu wenig Leute... Ja, du warst ja noch nicht weit, ist doch egal. Aussetzen. Aussetzen. Das für immer Among Us-Spielen ist funny. Ey, aber save. Unglaublich gerne. Ich wäre down für Among Us. Sehr gut. Wenn ich darf. Heute noch oder was? Ja, natürlich. Weiß nicht. Nein, nicht heute. Hast du wirklich überlegt, heute noch zu spielen? Ja, warum nicht? Wir haben auch nicht genug Leute oder so. Aber endlich. Heute ist 51 Worldwide Games Tag. Aber wir machen auf jeden Fall noch eine Among Us-Runde. Ja. Ey, okay. Lass mal kurz die Meinung von den Zuschauern abgreifen. Oh, Jan ist übrigens auch dabei bei Among Us. Das ist sehr geil. Lass kurz die Meinung abgreifen von den Zuschauern. Wenn ihr Bock auf Among Us habt, dann müsst ihr jetzt alle auf meinen Kanal und einen Zapter lassen. Oder? Nein, nein. Mach das bei mir. Ich bin klein. Mach das echt bei ihm. Ich bin auch klein. Ich bin 1,70. Du bist größer als ich. Hä? Wenn ich mich hinknie vor deinem fucking... Mach, mach. Kill ihn. Mach, mach. Kill ihn. Dann fick ich diesen scheiß Gelbens wieder raus. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Das ist so satisfying. Danke, dass du es gemacht hast. Ja, aber dafür verschonst du mich, oder? Ich weiß nicht. Soll ich machen oder nicht? Timo? Timo, du bist der Tod. Okay, okay. Ich entteile mich. Nein, nein. Mein nächster Sub ist ein Tier 3. Bitte? Mein nächster Sub ist ein Tier 3. Versprochen? Versprochen. Okay. So ein Hund, wirklich. Wie schnell der wüffelt. Der ist so uncanny, Alter. Der ist wirklich gruselig. Der ist echt gruselig. Krass, okay. Ein Banger. Die Kuh, die ich wegbomb. Boah, aber Attrax, dafür musst du mich beim nächsten Mal auch verschonen. Eigentlich. Ich verschone dich. Ja, stimmt. Null, nein. Na klar, was? Ihr seid jetzt quit. Er hat Tier 3 gesagt. Ja, ne. Ich verschone ihn und dann kein Tier 3 mehr. Oh ja, okay. So können wir es auch machen. So können wir es auch machen. Mann, ich... Schau mal. Ich sehe den Tod jetzt auch schon ins Auge mit dem Gelben da über mir. Ich sehe es doch jetzt schon. Also ich werde doch gleich hingerichtet. Ihr wollt mal anstatt sehen könnt. Ja, aber such doch irgendwann mit dem größten Schatz der Welt versteckt. So ist das gerade. So bin ich gerade hingerichtet worden. Warte, pass auf, pass auf Hocky, pass auf Hocky. Ich versuche mich langsam ranzupirschen und dann ficke ich den Gelben. Ja gut, ich werde mich jetzt nicht mehr nach 2 vorbewegen. Das mache ich nicht, Timo. Das werde ich nicht tun. Wie bitte? Du hast alle Figuren raus. Ja. Wo klingst du gerade? Das kann nicht sein. Er hat mich wirklich gekillt damit. Er hat dich gottlos umgebracht, ja. Junge, nimm mal deine scheiß Spielfiguren weg, Timo. Schnell weg hier, Alter. Na! Oh! Ich habe Hocky ein Versprechen gegeben. Ja, okay. Hättest Geld sparen können, weißt du. Ah nee, du hast jetzt Geld gespart, oder? Ja eben. Ah ja. Ja cool, dann kein Tierdreißer. Also er hat doch alles richtig gemacht, Timo. Was ist los? Ja, ja. Ist halt echt so. Du kriegst kein Geld jetzt. Wie findet ihr eigentlich mein Profilbild auf Nintendo? Auf Switch? Mit. Wirklich? Warum? Ist das süß. Hör, ich finde das voll süß, ja. Ich mag Kirby und ich finde es passt zu mir. Ja. Du warst voll das Schimtex-Profilbild, Timo. Du nervst voll. Ja, hab ich auch. So besonders, ich bin Schimtex-Shop. Ey, wie findet ihr mein Splatoon-Bild? Das ist cool, aber. Ich meine, das ist wirklich unik, weil das sagt nicht jeder. Er hat es sich gekauft im Goldshop. Ja, das ist von diesen komischen... Also Platin-Punkten. Platin-Münzen. Ah, okay. Aber das ist cool, weil das hat wirklich nicht jeder. Das hat was. Ich finde es schrecklich, dass Timo aussieht wie Ronald Weasley. Ronald Weasley. Geht's, oder? Das finde ich nicht gut. Doch, übel. Ja, geht's. Doch, doch. Timo, hast du irgendwas zu sagen? Ich hab... Ich bin kein Manipulator wie Hockey, das ist okay. Mani heißt auch das Mammut aus Ice Age. So, jetzt kill dich gleich der Gelbe. Das wird gleich passieren. Ich sehe es jetzt schon, dass es passieren wird. Nee, es hilft nicht. Und das kurz vor deinem Ziel. Ah! Oh nein, wie traurig. Es tut mir wirklich leid gerade. Ich hab's auch aus Joke gesagt. Oh, schau mal so. Aber das fand ich jetzt... Also... Ich heu... Ich bin wirklich grad... Checkt jetzt, wenn ihr so... So close seid, dass ihr... Dass ihr so selber fast anfangt zu heulen bei jemand anderem was Schlechtes passiert. Ich find's richtig traurig, dass es gerade passiert ist. Du warst ja wirklich drei Felder vor deinem Ziel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich rand deine immer so. Ja, ja, wirklich. Das ist so... Das ist so ungemütlich, wenn er einfach einen so komplett überwollt. Aber das wirkt echt so, als wäre... Oh mein Gott. Jetzt kannst du aber Rache nehmen, Attrax. Schau mal. Mit einer 6 kannst du Rache nehmen jetzt. Ich würfel lieber eine 2. Es wirkt auf mich auch nicht so, als wäre es Zufall. Ich hab das Gefühl, er hat irgendwie so einen schweren Schwierigkeitsgrad oder so. Aber es ist eigentlich Quatsch bei Würfeln. Oh Gott, der ist so gruselig. Der ist so gruselig. Der ist auch immer so... Ja wirklich. Der ist so... Nein, geh weg, geh weg. Ja. Der ist so voll wie Mr. X aus Resi 2. Ja, ist er wirklich. Das verstehe ich sogar. Ja. Das ist eine Resident Evil-Anspring, die ich verstehe. Wahnsinn. Damn. Damn. Ja. Normalerweise hasse ich die Spielerei, aber in dem Fall... Du hasst die Spielerei? Nein, ich will mich nur unbedingt machen. Sie hassen. Nein, ich hasse es nicht. Ich hab mich nur... Mittlerweile hasst das vor allem Trend, ist das Silent Hill 2 Remake. Ja, aber hassen tue ich es nicht. Ich kenn mich nur mit Resident Evil nicht aus. Ich hab's nie gespielt oder so. Ja, er hasst direkt. Ja, du musst Timo. Ja, du hast mich vorher auch gekillt, das ist nur fair. Der männlichste Schrei, was ist der Schrei von Arschmax oder was? Ich hab immer männliche Schrei. Na ja, gut. Ah! Jetzt bin ich wieder voll am Anfang. Drei Figuren im Haus und einer. Oh mein Gott. Irgendwie der Gelbe einfach zwei schon hat. Oh mein Gott, so eine... Der kickt alle weg. Ich hasse ihn. Der ist so am Arsch. Wie, aber... Aber... Jetzt mal ernsthaft, er kickt wirklich viel krasser raus als alle anderen. Ich weiß nicht. Pass auf, der killt mich jetzt. Ich? Der zieht jetzt gleich und killt mich. Achso, boah, denkst du? Der würfelt jetzt eine 6. Ah, er wird mich auch killen. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, nein. Geh weg. Geh weg. Mann, Mann, wirklich... Der spielt... Der hat seinen dritten fast drin. Jetzt zieh es erst. Ja, hat er auch. Hat er auch. Du musst ihn killen, Attrax. Kill du in Hockey. Ich kann nicht. Also ich versuche, wenn ich rauskomme, aber... Ich denke immer, dass du pink bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch wirklich... Das Spiel besteht ja gar nicht mehr daraus, ins Ziel zu kommen, sondern vor dem Typen zu fliehen. Also, ich versuche mittlerweile taktisch nicht mehr vorhin zu kommen. Ja, mach recht, Timo. Mach recht. Jungs! Oh mein Gott. Das... Das hat wirklich... Das hat wirklich das Spiel gerettet, weil er war... Nein, ich werde gleich die Sandwich. Pass auf. Oh ja, wirklich. Oh, sorry. Nein. Oh Gott. Ich habe so Angst. Okay. Oh nein, Timo. Ja gut, der ist ja egal bei dir. Der ist ja frisch aus dem Feld raus. Ja, der, der juckt. Mach nicht so. Was für Arsch, Max. Ach, Max. Let's go, zieh mit dem... Nee, zieh mit dem. Ich würde mit dem ziehen. Ich würde mit dem... Okay. Ich glaube, ich habe mit dem rechten gezogen einfach. Das kann nicht sein, dass ich den scheiß Namen du hieß. Arsch, Max und Giga Chat Emoji, Daniels. Emoji, Bro. Emoji. Arsch... Junge. Oh Gott. 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 Ins Ziel mit dir. Wie geil. Wie perfekt. Das hat sich... Das hat sich... Das hat sich... Das hat sich... Das hat sich das Gefühl, als würdest du ins Bett gehen nach so einem langen Arbeitstag. Ja wirklich. So vor einem Monster aus dem Keller wegrennen, wenn man das Licht ausmacht. Das war gerade so. Oh, wie ein Ding, oder? American Psycho. Egal. Hab ich nie geguckt. Ich auch nicht. Ich habe hier auch schon mit den Folgen oder so geschaut. Nee, ich habe es echt nicht durchgeschaut. Okay Timo. Äh, pass auf. Waffenstillstand Timo. Arsch, Waffenstillstand. Äh, kling den gelben, kling den gelben. Bewege dich mit dem rechten, hundertprozentig. Du musst dem Geld hinterher rennen. True, true. Der kriegt keinen mehr raus, also bin ich da safe. Ey, Ding, Ding. Ich kann nur den einen bewegen. Oh mein Gott, meine ich will zu uns. Er sagt Waffenstillstand. Du weißt nicht, dein Herzkiss. Aber ich kann wirklich das anders machen. Wenn ich den Zug skippen könnte, ich würde es tun. Gib Tier 3. Wenn ich den skippen könnte, ich würde es tun. Hockey macht Tier 3. Ich würde es tun, ich würde es skippen, aber ich kann ja nicht. Hockey macht Tier 3. Das ist echt nett von Hockey. Ich kann es ja nicht. Ey, hol dir den Gelben wirklich. Hol dir deinen Hintern. Aber... Nein, juck doch nicht. Der ist doch eh... Der Gelb ist wichtiger. Oh mein Gott, der ist so nett. Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Timo hat ja auch schon 2 im Ziel. Ja, aber Timo ist nicht der Gelbe. Ja, schon, aber wir sollten auch... Du hast auch 2 im Ziel. Jetzt, jetzt. Ja, aber du hast noch einen, der schon bei der Hälfte ist. Was redest du denn? Du wirst natürlich weiter. Er ist nicht bei der Hälfte. Doch, ist er, hä? Was laberst du? Oh, der Gelbe. Gott sei Dank. Junge. Okay, es ist wirklich geile Vendetta gegen den Gelben. Also wir kriegen es gerade echt gut hin, den zu Dingsen. Ja, mach, mach, mach. Ja, mach, mach, mach. Mach, komm. Mach. Spiel nochmal, spiel nochmal. Du wirst Timo rausgegnen. Okay. Ich will eigentlich den Gelben rausgegnen. Der hat mich dreimal rausgegnen. Ne, alles gut, Timo. Ich liebe dich. Ich liebe Timo. Das glaube ich dir. Hä? Okay, nicht. Okay. Was sollen jetzt die ganzen zwei? Du musst mir wirklich gleich hohen, Atrax. Ey, Bruder. Ich geb mir Mühe. Ich wünschte, ich hätte jetzt noch so einen Free. Das wäre echt geil. Oh, Mann. Aber kannst du ja wieder auf meinem grünen Feld landen? Oh, mein Gott. Oh, shit. Oh, shit. Er muss wieder raus. Okay, tschüss, Timo. Aber wie schnell... Oh, ganz schnell weg von dir. Ganz schnell weg von dir. Wie schnell du eine Figur rausgegst. Junge, ich fliehe so schnell von dir einfach. Ah, Opfer. Aussetzen. Junge, wie kann man so ein Opfer sein? Obwohl, vielleicht lässt er dich erst mal noch so rübergehen. Oh, ja, stimmt. Das macht er mit Absicht. Er kann mit Absicht keine sechs. Er will mich in Sicherheit wiegen. Ja. Das ist gemein von ihm. For real, for real. Das ist echt sein Plan. Das ist echt sein Plan. Jetzt geht er raus. Oh, Gott. Ich habe so Angst vor diesen drei Würfeln. Langsam aber sicher, Timo. Langsam aber sicher. Man muss sich ja nicht hetzen. Okay, Timo kill Atrax gleich. Nein, das ist mein zweites Publikum. Warum so ein Arschloch? Atrax hat mich verschont. Ich werde den jetzt nicht killen. Auch nicht, wenn du jetzt den drei würfelst? Nee. Tu es nicht. Okay. Kein Arschloch. Ich will den erst mal reinkriegen. Okay, sehr gut. Das ist gerade meine Priorität. GG, Atrax, GG. Ich war die ganze Zeit für dich. Ich habe übrigens von so drei Runden oder so. Er ist draußen. Er ist draußen. Oh nein, nein, nein. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja gerade nicht wirklich passiert, oder? Bro, ich habe so ein... Das kann nicht wahr sein. Er hat sich gerade drei Sechser gewünscht. Nee, zwei und dann dreier noch. Zwei. Oh, du Scheiße. Das ist komplett... Aber das war wirklich... Ja, das ist ja gemein. Und Real Talk? Schneller hätte ich mich nicht vor dem Weg bewegen können. Ich war wirklich schnell gerade. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Das war's, Timo. Game over. Weißt du, was ich an ihn hasse? Er hat das jetzt schon zum dritten Mal oder so, so eine Kombo gemacht. Der macht immer so Kombos. Er kippt nicht nur eins, sondern immer so mehrere. Kann er mit aufhören? Richtig, Alter. Ja, wirklich. Er macht keine anderen Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so Angst gerade. Oh mein Gott. So, ich kick den, wenn ich eine Eins kriege. Scheiße. Weg, weg, tief. Renn. Weg. Renn unter Leben. Renn unter Leben. Weg. Renn unter Leben. Oh nein. Oh nein. Ich bin mir vor ihm. Nein, wie fliegen die... Rein da. Nein, ich gehe da rein, bitte. Um Gottes Willen, gehe da rein. Hey, Timo, es tut mir leid, Mann. Ich kann nichts anderes machen. Ja, ist okay. Mach einfach, mach einfach. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Absetzen. Einfach die Runde. Mensch, ärgere dich. Nein, er ist so schnell. Er ist so schnell immer. Oh mein Gott. Du hast es gesaght. Du hast es gesaght. So, und jetzt müssen wir Timo umbringen. Mann, diese gelbe Spiele. Ich habe keinen draußen. Ich finde, wisst ihr was? Ich finde es auch noch in dem Fall ein bisschen gruselig irgendwie. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich gerade irre werde oder so. Aber ich finde ihn auch noch mal umso gruseliger, weil er kein Gesicht hat. Er ist nur diese lebendose, gelbe Figur. Er ist so grauer Hautton auch noch. Hä? Er ist einfach so. Er ist auch dieser graue Hautton von mir. Ja, halt for real. Er ist einfach so. Grau? Ja, das ist so eine graue Hautfarbe. Ach so. Nein, nein. Ich meinte, er ist die Spielfigur. Ich finde die Spielfigur gruselig. Nee, das ist dumm. Aber stimmt, aber stimmt sein Gesicht. Ja, stimmt sein Gesicht. Oh mein Gott. Er hat so kein Gesicht, er hat keine Mime. Er ist einfach nur da, um zu töten. Er hat so keine Emotionen, er spürt nichts, er macht einfach. Ähm. Boah, aber ist das gut? Mach, 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 mach. Nee, was ist, wenn er eine Sechswürfel, dann ist er bald wieder. Nein, aber ich will lieber mit einem schnell voran, statt mehrere, ich weiß nicht. Schau mal, ich hab Angst vor ihm. Er ist so schnell, er approacht mich so schnell. Er ist so schnell. Eiskalterkiller, ist ja wirklich so. Nein, ich bin nicht weit genug weg von ihm. Oh Gott. Oh mein Gott. Und dann ist er dritt. Nein, hör auf, geh weg von mir. Auf, bitte. Alter, der gewinnt echt gleich. Bitte nicht, geh weg von mir. Der gewinnt vor ihm gleich. Es nervt auch so, weil man ist ihm auch so unterlegen. Er ist wie so ein Löwe. Ich bin so ein Zefra, so ein Antilope, ich hab so keine Chance gegeben. Nein, lass mir Ruhe. Ich weiß so genau, was du mich erwarten wirst. Lass mir Ruhe. Wo holst du jetzt den gelben, Afrax? Ich versuche es, Mann. Ich möchte auch mal Glück. Oh nein. Ich hab kein Bock. Er will eine Combo machen. Ich hab kein Bock. Können wir so hart eine Combo machen. Nein, ein Combo. Oh mein Gott, das ist doch nicht wahr. Das ist wirklich unrealistisch mittlerweile. Vor allem zweimal am selben Fleck gefühlt, Mann. Wie oft haben wir Brustetua schon jemanden durch... Wir haben doch maximal dreimal jemanden rausgekickt in unseren Spielen. Also ich fand, das ist wirklich unrealistisch mittlerweile, wie oft er das macht. Mach's auf Freundschaftbasis, weißt du. Ich kann nicht anders. Oder ich schone dich, weißt du. Und der Gelbe kommt nicht. Er zieht einfach durch. Oh nein. Oh Mann, er ist wirklich fast zum Ziel. Wir müssen ihn echt holen. Ach Mann. Fick dich halt. Oh mein Gott, du bist der Beste, du bist der Beste. Shivers down my spines. Sag dich Arsch, Max, wo nicht ihr? Weißt du was, ich gönne es dir mittlerweile sogar zu. Ich finde, du hast sehr gut gespielt. Ich glaube, Timo wird gewinnen. Das ist am weitesten. Ja, du willst halt, dass ich gewinne, damit der Gelbe nicht gewinne. Weil sonst wäre deine Kanalwetter. Das auch, ja. Ich will auf jeden Fall... Boah, er ist so grusig. Ich will auf jeden Fall nicht, dass der CPU gewinnt. Nee, ich auch nicht. Aber ich will nicht, dass er da näher kommt. Ich werde nicht gewinnen. Der soll weg. Das ist halt so. Nein. Nein. Oh Gott, er macht Einserschritte ins Ziel. For real. Oh nein. Das ist keine Phase. Oh mein Gott. Das ist Kasselang. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Geh weg, geh weg, geh weg. Schau mal, ich finde es mal richtig traurig. Atrax wurde jetzt schon irgendwie zum zehnten Mal vor seinem Ziel gekillt. Also wirklich ein Feld oder so vor seinem Ziel. Oh Mann. Wie kann das denn sein? Oh Mann. Aufsetzen. Das ist so unfair. Nein. Mann, wie schnell. Und er haut ab. Er haut ab. Okay, okay, okay. Ich kann es holen. Ja, du machst das. Du machst das. Jetzt macht er gleich Kombo. Drei Sechser. Das kann nicht wahr sein. Schau mal, der Speed runt gleich wieder. Er kriegt so eine Fünf oder eine Sechs oder so. Oh, aha. Okay, okay. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, genau. Der dritte ist der letzte Mal. Ja, wir haben beide quasi gewonnen. Atrax. Die, die für Tivo bestimmt haben. Viel Spaß mit euren Punkten. Yes. GG. Das war wirklich lustig, Junge. In mir ist gerade einfach irgendwas zusammengebrochen, Helter. Ja. Das war echt funny. Ey, ich mach bloß mal ne Rollladen runter. Ich bleib mich aber nicht muten. Das klingt wie ein Gefängnis bei ihm. Hör mal hin. Er lässt gerade mal ganz kurz den Gelben raus.